Gott, ey! Platin 3? Aber ich spiel gegen G, ne? Viel Spaß! Äh, sowieso noch ein Hommel. Äh, normal. G! 61% Support. Puh! Scherz. Alter, ich verkack den Sprung da die ganze Zeit. Versteht ja nicht bei dir, wieviel Mitte ich spiele. Zu wenig. Ja, definitiv 59%. Ist ja auch schon mal ein Wort. 59,08. Meine Hauptrolle ist jetzt auch endlich top. In der Tat, ja. Musst du Schlangen hinarbeiten. Lied zählt zu Jungle. Ja, Lukas, was ist da lustig? Ja, er war es auch. Das ist rasch. Lukas, mal am Ende früh warten müssen. Also Syndra ist Silber 1. Oh, bevor du kannst aufstehen musst. Hier ist Silber 1. Trunde ist Gold 5. Janna ist Gold 3. Und Kate ist Platin 3. Wir haben die Beste. Ja, ich hab mich ja. Das kann polarisieren bei der Mitte, aber zu der Fence. Kombo! 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 Kombo-Breaker! Ja! Ja, ich hab mir jetzt meinen Namen hier kurz gekauft. Ich werd mit dir genauso gut Mana-Probleme haben wie mit Nami. Peter, bist du da gut am Kammern, was da? Ja! 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 Ich muss Musik hören, ich hab keine Zeit zum Covern. Wie soll ich eigentlich hier Tags machen auf dem Blue? Aaaah! Wir sind mal wieder an der tollen Stelle. Das macht 6 Sekunden eigentlich gerade. Oder du hörst früh genug auf. Das war. Chris, hör mal früh genug auf, bitte. Ja, dann mach ich 1 Attack. Hm, 2. 2. 2? Ja, mach 2 Attacks. Ihr habt's gesagt! Ihr habt's gesagt! Ich sag 2! 4 True Damage! Ja! 4 True Damage! Hahaha! Wie viel macht denn das pro Stack? 2 pro Stack. Also mit 2 Attacks. Ach so, bei 2 Hits dann ja. 4. Peter, machst du Mathe? Oh ja! Peter ist das Master Ass, ja. Nee, Mathe ist nicht so meins. Hahaha! Schmacku! 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 Genau, Toki! Alter, ich hab die mögliche voll gerockt. Ja, die zweite oder die erste? Ah ne, die erste Lolli! Hä? What?! Evermind! What?! Scheiße am Labern! 2! 3! Was denkst du eigentlich Toki? Hm! Sie sind halt auch Doranz, ne? Und kein Wort. Ich glaub das Licht geht, der hat mir jemand auf den Piss. Oh ja! Eh, tschüss! Don't worry, be happy! Don't worry, be happy! Don't worry, be happy! Das ist ja jetzt schon der volle Scheiß, ne? Was war denn DAS drin da mehr?! We didn't let's get make you fuckwua... Habt ihr das gesehen? Er wollte sich einmal durch durch durch, igniert mich und steckt's. Don't bring the risk. Ehm... Was the fuck, was jetzt los? Du dachst schon, Gank kommt wahrscheinlich ne? Ich habe Angst vor der Syndra, die ist irgendwie komisch. Ich weiß nicht ob ich mit dem Slow oder mit dem Schild als zweites machen soll. Ach komm, Schild. Ist schon so, dass du irgendwie ein bisschen Hard Coyotes bist, oder? Ich kann so nicht farmen mit Twitch. Der hat so wenig Base Damage. Du kannst doch mit dem Damage Over Time noch schön. Ja, und am Tower. Wie die Gank! Das ist nur die Bot, ey. Der hat so wenig Attack Speed! Chris, don't worry, be happy! Wie unlustig! So, ist der auch so Low wie du, oder? Ich bezweifle es halt. Das ist ein bisschen getrunken, ja. Ich hasse Bitch! Ah, ganz knapp so Low wie du das! Mama! Oh, Mann! Lass mich mal in Top halten, Torkin. Ja, ich hab auch nichts. Hast du mit dem Caitlyn zu spielen? Digga! Hast du noch irgendwas außer Twitch, um zu dem Caitlyn zu spielen? Ich! Der hat mich jetzt da mal reingebated! Torkin, wenn er Level 6 hat, ne? Würde dich ja so dipen. Bedinghhh! Bedingungen, den Masai habe ich noch nicht einmal gesehen! Der hat mich noch nicht einmal gesehen. Der hat mich nicht, ne? Können wir, aber auch gar nicht so. Hotel Tower können. Ja genau! Was ist das? Ja genau! Das ist doch echt cool. Ticken noch ein bisschen die streams... Ich hab einen guten Plan. Ich hab wirklich einen guten Plan. Ja, ich verstehe. Stich nicht. Ja, gleichfalls. Tschüss! Er hat gleich kein Internet mehr, der Tobi! 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 Warum liegt dein Internet eigentlich die ganze Zeit? Was ist das? Frag ich deine Bruder! Mama hör auf am Internetkabel zu knabbern! Wahrscheinlich! Oh Gott! Zwei Manner, Pots und einen Kegs? Wieder low Manner! Übrigens sind rausfarmen, ne? Ist auch cool! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Bist du? Ja. M-A-O-S-Stef! Geht! Du bist du bist! Geht nur Flash! Don't worry! HURRER! HURRER! Don't worry, we're happy! Alter man, du hast Schaden... Schmottel! You just got outplayed, bitch! Ah, du hast beide Pots verkauft. Egal. Dickie boi, GANGS! Äh nein, ich brauche nicht ganken. Ich muss nur farmen. Okay, take the door weg, du... Da, ich hab Marcy gesehen auf dem Board übrigens. Aber ich sag's dir nicht. First Blood. Jetzt darfst du ganken. Wieso? Soll ich dann mitkommen? Machen wir Double Gank. So, hier geht's grad erstmal Hardcore retten. Ich schneide. Ja, ich will erstmal den... Der Tandamere macht... Nichts. Tandamere macht nichts. Und das ist ne... Lysandra, was was? Syndra. Syndra heißt die. Aber mach ich auch mal falsch. Syndra... Peter, Peter, das ist noch mein... Ja, ja... Die gibt die Peter für gar kein Problem. Hä? Boah, das lag bei Weins. War absolut... Eieiei, mach die Syndra schon. Und Syndra hat keine Ultime. Cool. Wie sieht's aus mit Board Gank? Ja, los! Rein da! Rein da, Peter! Rein! Neeeieeen! actually, es geht weiter. politiker! Ah, die da! Ahhhh! So, ja. Guck mal, der ist out-placed, out-placed. Guck mal, der ist out-placed. Wecken oder was? Äh, ja. Beweckst du dich, Persona? Ich hing grad fest, ohne Witz. Ich konnte mich nicht verlegen. Wir haben halt keine Vision, ne? Doki ist ja tötet durch, ne? Ich hab unsere Fans, man. Jedenfalls nicht. Das war mir nie so gut. Was hast du denn gesmited? Die haben wir kein Wort. Ha, der Blue-Buff war komischer Peter, dem ich gesagt hab, dass das, was mein Blue-Buff ist, immer noch zum Buh gekommen ist. Nee, ich wollte dir mit dem Kuhl verhelfen. Jaja. Lukas hat keinen Blue-Buff verdient, man merkt das. Seine Mutter hat keinen Blue-Buff. Wieso brauchst du überhaupt einen zuerst? Ach nee. Ja, guter Fall. So, also, mal am Randeln. Kann ich eigentlich auch Binion-Stack-Kultieren, oder? Ja, die Syndra hat übrigens Geister gemacht. Das war ne Super-Idee Syndra. Starf läuft dabei. Ne. Ich hab mich das Gefühl, dass dich bei dir... Nee. Oder irgendwas. Vielleicht ja. ..."Be happy". Dimitri. Fragen Sie. Das war's für mich! Ah, ich bin ja da. Juhu! Don't wall me. Ich schade mit ihrem... ...Bitch Ignite, ey! No! Hallo! Da, Masli übrigens noch hinter dir. Ich hab übrigens kein Mana. W-Buff! Hopp! W-Buff! Nicht Twitch. So. Ich bin glücklich. Komm, Toki, jetzt mach den doch mal fertig, glaube ich. Komm, und so! Und los! Und bam! Aufgehen, oder? Was ist das? Alles klar. Ja, der Kieb musste da weg, deshalb. Ich komm nicht ran. Ah, nein, das hat der Schmutz hier, ey! Der Kieb musste da weg! Ja, komm, deine Mutter musste da weg. Ja, das bockt. Fall also gleich zu mir, ich kann typisch dir auf so ein Top-O-Mans. Ah, hier ist schon wieder verbot. Was ist der hier? Der ist gerade eben hier lang gerannt. Weil, ich wollte gerade wie in Guild was ping. I don't need... ...Linie ziehen. ...Bootz! Hm. Hm. Ah, nee! Nein! Ah, jetzt haben wir den richtigen. Ah! Ah! Ehh! 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 Was waren die Kings denn jetzt, Toki? Genau! Ehh! Randomly, besser rein. Ehh! Ehh! Die hatte ja echt keinen Flash, ne? Ehh! 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 Mhm. Ehh! Der war für ein Eimer. Ja, ja, das war... Herr Peter, das war Kacke. Das hab ich auch dann schon früher gemerkt. Wann ist der... Draven kommt in der Halle? Der Lissinga-Place! Oh mein Gott, da steht... Ich weiß, wie der bockt Juni. Ich war was, oder wer soll auch was? Ich bin tot. Ja! Hahaha! Da kam bestimmt noch die Ulti hin. Von hier nach da oben. Iggy. Jetzt bist du auch schon am texten? Texten? Was ist am texten? Texten, ja. Texten. Das sowieso. Alter Junge. Spiel ich Full-Ate, oder? Was bin ich? So, Tanki. Oh mein Gott. Let's go down from Vision. Okay, ganz hektisch wird dann aber... Dragon müsste irgendwann laufen. Ja... Mach zu denn. Toki, nicht tryharden! Was ist das? Man muss tryharden, oder? Ja, 3 Gegner! Ach, macht niemand Spaß! Wann ist Dragon? Äh, 30 Gotten. Ja, dann raus, oder? Wenn du dann sagst, dass das ein Rock ist. Wenn du dann sagst, dass das ein Rock ist. Wenn du dann sagst, dass das ein Rock ist. Wenn du dann sagst, dass das ein Rock ist. Oh mein Gott. Soll. Da ist ein Worn. Jaja, hier oben, hier unten auch einer. Alka, ist 2! Flash, 2! Leute, wieder! Stuntkarte! Irgendwas! Ja, der Fetch ist kacke. Ja, die Ketten. Die ausgewählte Karte hält jetzt nur noch 4 Sekunden. Der hat vorher 10 Sekunden gehalten, mein ich. Hält dich nur noch 2, oder so? Ne, viel. Die Sauer trotzdem mega wenig. She is da. Oh, ihr habt schon wieder Ulti gekommen. Ja. Ich glaube, ich hab dich ein bisschen gesaved. Oh, oder bin noch dabei. Okay, da ist sonst die Retriebe drin, ne? Einfach Stunnen! Ah! Falsche Karte! You have slain my enemy. Lol, wo hab ich die denn getötet? Keiner. Creeps! Tower! Irgendwas? Was für seinen Fallen? Sehr kreativ. Ah, ich hab's ge- Ja! Frostai! Haha! Frostai, die Creeps gerannt, oder was? Ja! Achso, die ist an- Ich hab dir ja ich knallt drauf und die ist irgendwie in Tower gelaufen anschein. Ah, Mann, du Kass! Was hat einer? Der ist tot. 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 Irgendwie ist der G jetzt nicht so. Ne. Der ist tot. Der hat auch glatt, Kevin, ne? Aua! Wir machen einfach die Plays! Die tut weeeeg! Ja, es ist halt schmerzhaft, dass die Wett hat. Ja. Aber der ist tot. Wir wollen weiterpushen hier. Kann ich nicht defen? Ich bin geil. Ah, Dingens, kommen zu euch! Drinde und sind wir. Vollgegen! Der Lee macht schon keinen Schaden! Ich hab keine Ulti, ne? Schlo! Irgendwas! Nein. Oh macht das Bok?! Drayken ist ab. Oh leil, die Bottlet wird glatt, auf das Ausdannnummer genommen. Was, Peter?! Äh, Chris. Was? Peter genannt hat. und da war aber in 100 keine karte ja ja ich hatte gar keine ausgewählt weil bei 100 hp werfe ich einfach die qskill und hoffe dass ich könnte das letzte muss man leider ja hinzufügen es macht schon spaß aber ist das gleiche viel für die alter hier macht es kein spaß wieso das ist dieses spiel habe ich schaden auf jeden fall ich weiß nicht warum lukas der jugend will doch als tanker wegen meinem kuh vielleicht chris na so viel dreht er da jetzt auch nicht ist das gerade war ohne ulti halt ohne spaß war als ob das war ein stun war mein gott sumberstun ist so mega buggy bitte komm bitte ja ich muss bitte cool schatang ist acceptet tschüss trunde ist hier trunde ist da trunde ist da hat er trunde? hat er ulti? hat er trunde? ja ich kann man töten das gefühl dass er gleich auf mich draufspinnt oh boah hinten in pinkhot geflasht ich bin auch nicht in ulti range ich bin auch nicht in ulti range hei 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 16 bis ulti mhm jajaja das macht schaden aber das ist irgendwie doch nicht so das Ja, ich! Ich geb' ich! Ich geb' mein kleines Bild gleich auf! Probier' ich! Take-he-lie, Mami! Komm ich! Jawollah! Wer muss da tanken? Lukas, du baust denselben Bild wie der von Cloud9, oder? Ja, ja, na. Halt' ich mal ausprobieren. Ja, als ob der so bildet. Ja. Er hat sogar so in der LCS gebildet anspielen. Was, Junius? In der LCS gebildet hat er das! Sonius, ja, okay. Woopi-Star, eh. Hm, ach, da war der Ecke. Ah, Mann, das bockt ab, warte ich. Ich hab' da schon mal einen BF. Was? Eieieiei! Du hast einen BF im Equip. Äh, quasi mein BT, meine ich. Mal gucken, ob ich ihn finde. Wir haben ihn noch nicht gesehen! Äh, ich hab auch schon welche gefunden. Klar, ich hab' alle gefunden. Da machen wir ja nichts mit. Und die Sundkarten ausgelaufen. Aber auch nicht. Nee. Also drei waren auf der Bot. Und die sind drei tot. Heißt, eine auf der Tappe. Okay. Fuck you bad? Deine Mutter? Sollen wir den Dive in Toki? Alter, lauf weg du Bitch! Ah, das war der Tower! Boobulti! Und der lebt auch. Irgendwie gneit! Irgendwie gneit oder was? So, jetzt weiß ich aber leider nicht mehr, was sich denn noch gekauft hat. Alter, das ist echt fun! Don't worry! Ja, und das jetzt so cool war! Boah! Dieser Flash! Oh, kurz, kürzlich! Kürzlich, dieser Support! Oh! Oh, allein ist Clickball, Syndra! Ja! Du Zeimer! Ich weiß nicht! Ich steh 4-1! Vielleicht war's noch kleiner! Ich steh 5-1! Ich steh 5-1! Aua! Vor allem, als Caitlyn Dine... Oh, Leute! Als Caitlyn Dine hergeflasht war, das war einfach mal ein Crit, ne? Der eine. Ganz einfach. Ich mach den Red. Ja, wobei, die hat auch schon relativ viel Crit. Ich mach unseren Red. Ich mach den Blut. Ich mach unseren Bruder da. Ich mach das! Oh, den Red ist nicht da! Oh, den hab ich jetzt! Ich hab Double Buff! Wuh! Du hast Lukas vor allem einen Double Buff! Tut mir leid, ich hab Caitlyn getötet! Warum hab ich eigentlich immer noch keinen Blue, Lukas? Da warst du aber gar nicht da! Ich nicht! Uhhh! Aaaaaaaaah! Aaaaaaaahhh. Scheiße! Scheiße! Du bist logisch! Außer meine Latex! Das ist kein einzelne Dix! Ah, aber ich hab auch keinen Latex genommen! Ja, das ist einfach. Nein! 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 Also wenn so einer Mana hat, ist okay. Wenn nicht, ist ein Arsch. Was? Schau mal den Kutz an, das ist doch nicht normal. Bei mir ist es der Peter. Ja, Leute. Mir... Guck dir bei dir auch so rum, der ist jetzt nicht mehr. Nee, bei mir zuckt nichts. Ey, jetzt ist er auch nicht mehr. Oh, leil. Ich find den Surfing Downs ist sowieso immer noch am besten. Es geht sowieso mit den Surfing Downs, ey. Falsche Karte. So, wieder. Und nicht getroffen. Ich komme, bitte. Slowest. Oh, leil. Oh, der war sogar schön. Nein! Der war auch schön. Hammer! War zwar schön, aber hat nichts gebracht, ne? Ja, ich hab mich in eine Caitlyn Trap gestellt, mit einer Schulter nachaktivierend. Klar, das ist das. Los! Boop! 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 Ich bin nur noch an, ey. Es ist traurig. Eieiei! Beschütze dich, Peter! Falsche Karte! Schon wieder. Wie immer. Du hast zehn Sekunden, die einer aussuchen. Nein, acht. Reduziert. Das ist nicht schwieriger. Oh, don't worry. Hallo! Oh, oh! Der hat eine Sun-Karte gefunden. Was? Ja, aber schnell wieder weg. Ich wollte das sozusagen aufhören. Na ja. Hade. Hade. Damit bin ich wieder. Aufhören! Hade. Wie cool hast du auf Ulti kurz? Zehn. Neeeehäh. Hade! Mama! Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, bitte! Bitte, bitte, kommt. Oh, Toki, rein! Ich geh aber noch mal weg, ja? Wundergarten... Nichts drunter hat auch ihren Skill Gold. Hallo Kass! Wuhuuu! Fisst euch, ihr niggas! Loll! Okay, deine Rögi war! Alles gekocht! Wir können draufgehen, wir können draufgehen! Ja, wir können draufgehen, ich bin nicht da! Komm, wir können draufgehen! Ja, bitte mach dich so facken! Oh mein Gott, ey! Ja, krieg ich! Hast aber nichts zu tun, niggas! Ohhhh! Da krieg ich! Deine Moller! Ah! Alle, du wütendst du? Loll? Uaah! Wollt euch alle den Scummet-Key machen, oder? Dann kann man ein Messchen! Okay, den Scummet-Key hast du schon gemacht. Der Penta sah nämlich bei dir das Spiel. Uuuuh! Wuhu! 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 Wo hast du denn die alle abgewandt? Hä? Von hinten? Ich war... Ich bin hier unten lang gelaufen! Ja, alles! Alle gekillt! Wuhu! Wuhu! Nein, das ist meine Vorarbeit! Ja, das stimmt! Also Kutzi und deine Ulti, dann hält sie mich nice aufeinander, wa? Ja! Hm! Ja, die ist so schlecht! Warum macht er denn gar keinen Schauer-Toki? Wir müssen nur einen Autotack machen! Oder so! Jana tutet sich jetzt sogar! Komm ich, komm mal! Scheiße, die Quartier-Tro! Wenn der Tower-Tank dann ja! Aber sonst... Oh, scheiße! Da ist ein Tonne mehr! Mama! 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 Oh, scheiße! Oh, scheiße! Oh, scheiße! Ich werde wieder geblieben! Ich werde wieder geblieben! Ich werde wieder geblieben! Ich versuche mal einen Speed! Okay, man! Aber Lee macht echt Spaß, ja! Muss ich sagen! Don't worry, be happy! Hey! Habt ihr die Syndra da bei euch? Ja! Mhm! Sehr gut! Fünferboots, Bitches! Ich bin der Homie! Ah? Don't bring everybody! Don't shit! Das ganze sind ein paar Leute misspeten, ne? Waaaah! 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 Ja, das... Das sehen wir mit den Twinshadows gegen Master Yi ist jetzt nicht so die Lösung! Ja, solltest... Was hast du denn schon? Vielleicht hätte er eher so niemals gespielt. Oder wollten sie mich aber... Maaan, ich kann nirgendwo farmen! Keine Quatsch! Du hast doch schon... Du hast jetzt so viel wie der ID-Carry... ...und mehr als der Mid-Champ... ...und... ...20 weniger als Toki! Und da, du bist scheiße! Ich fasse Gegner, Oracle! Ja, lass mal jetzt mit mir hier recatchen! Oh, ne lez! Cura und Pulldown! Ja! Die ist zu schnell! Ich fasse Gegner! Ich fasse Gegner! Ich fasse Gegner! Ich fasse Gegner! Ach so übrigens, Psi! Aua! Und so! Oh! Kill die Quatsch! Oah! Ach, komm ich! Komm, ich könnte! Wait for me! Ui! Ja, siehste? Nichts für ein Missklick Nein! Du Bitch! Naja, das ist gelohr Oh lol, der war aber Schaden Ich kann jetzt gerade in D&D verkaufen In D&D verkaufen Der 2 Wo ist denn der? Ich wär mal jetzt langsam für einen Surrender von denen, oder? Ah, da hinten ist der E Ah, ich hab ihn gesehen! Der war hier irgendwo! What? Ulti! Peter, mach was! Ich bin Grünhauen, ich bin auf den Top gekommen Du bist gar nicht zu uns geportet? Nee Boah, du hast echt ne... Boah Du hast jetzt schon gecheckt, dass er nicht bei euch war? Ja, kommst zu uns reingeportet, weil plötzlich alle reingegangen sind Ne, das war mein Bait Ich hab nur noch 5-4 rummacht Scumbag, Scumbag noch Ja, ich hab einen Double kill gemacht Ja Absolutelie Worth it Keine Ahnung Ich hab mal 2 aufgedeckt Oh, ich hab schon ein großes Ohr an den Lass ich mal Ich weiß auch nicht Ich weiß auch nicht... Ich weiß auch nicht... Komm zu mir! Ahahahahahahahahaha Aaaaaahhh Oh, das ist ja auch so. Das ist ja auch so. Was ist denn dein Bruder? Ja, Mann! Hahaha! Foll ich nicht zu früh, oh nein! Hä? Nicht zu stark, da werden die Geistern. Aber ich... ...und dann die Geistern. Ja, die werden die Geistern. Hm. Wow. Ja. Nein! Alter, ein Noctur mit Twisted Zone schneller Wave Clear. So. Wir wollen ein bisschen Wave Clear. Die sind alle weg, Leute. Die sind alle weg. Ah! Keine Mana für Ulti! Ah! Wir gehen alle rein. Ja, ich gehe gleich rein. Ja, ich komme zu dir. Ich muss Chris pro Falter. Ja. Ja. Haha! Boah, die Zone sieht ein bisschen hoch. Ja, ja, ja. Oh, da wird der Kutz Greedy. Da wird der Kutz Greedy! Ah! Er hatte dann das Janna Schild noch. Das hat mir den Rest gegeben. Nein! Nein! Meine Mana! Fucking Bitch Kacki! Don't worry! We have been... So, jetzt bist du aber Greedy, ja? Hm. Du brauchst mehr Lifestyle. Ja, Schild Team. Ah! Mein Name! Da, mach mal den Dragon. Oh, oh! Ist okay? Ja! Ich komme, warte! Ah, nein! Hahaha! Hahaha! Ah, geil! Hahaha! Oh, Gott! Hahaha! Na gut aus! Na gut aus! Das sah echt gut aus! Okay! Eieieieiei! Ahh- ... Ach neee... Ach, hab ihn! Ich komme, Peter! Ich komme! Ich komme! Wer da? Ja, Liesin Strength! Oh Scheiße! AAAAAAAH! OOOOOOOH! Gebaitet! Ich hab mir die Zaison. Ich zweifle es nicht. Ich hab Ulti. Ein Ulti bevor er dich tötet. Na dann komm. Jetzt hat er gar nicht. HAHAHA! Geil! Was ist Spaß ey? Ja was auch geht. Es funktioniert siehste? Ich hab ein bisschen AP gekauft und zack, er läuft es wieder. Boah, Alter, diese Katrin ey. Norm. Welche Katrin? Ohja. Ja, es hat nur gebaitet. Aber die, die Katrin jedes mal wenn die da auf mich reingeht mit Flash oder mit was auch immer, ne? Die hat dann immer direkt gecrit mit dem ersten Hit, das ist super. Ich kass, Lukas, was denkst, was darf ich mal als letztes, äh, Item kaufen und tank ihm jetzt halt. Ich meine steht 8-11 Peter, ne? Hehehe. Hä? Ja, ja. 8 Kills. Moment, ich muss das brauchen. Ich glaube nicht, ich muss das brauchen. 3 mehr als du guckst. Hm. Kann mir auch ne Spinity kaufen. Kann was machen. Ne, Toki hol dir noch einen, äh, Bloodduster. Ohohohoh. Ohohohoh. Da machen 100 Schaden mehr als der Bisschen. Oder ne Ramox, oder? Oder Postle? Ich komme! Oder macht den Spinity. Ah, das ist der Slow. Was hat mich da ge- Och. Was hat mich da geslowt? Ja, ich kam hier lang. Der Bot rücke ja lecko mio. Das war jetzt ja ganz ein. Ah, Mami. Der Ball in der Fresse. Oder ein. Die Syndra, die Syndra. Boah, das ist Schaden. Was willst du von mir? Komm her. Es läuft von mir weg. Ah, das ist nicht gleich. Boah, Alter, ey. Nom 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 nom. Oh, Alter. Noctail macht so viel Spaß auf Schaden. So geil. Hey, wir klatschen jetzt. Wir klatschen jetzt. Die Tower, oder? Oh, mein Gott. Boah, echt nicht nett. Was soll da mit denen, Mann? Alter. Hast du meinen, hast du meinen Go in auf die Syndra gesehen? Richtige Karte, richtige Karte. Bankri! Alter Schwede. Wir haben alle so viel Schaden, das ist so krass. Ach, deine Mutter. Komm. Mann, 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 Mann. Ach, als ob. Dieser Stunt ist so buggy. Ich krieg sie. Toll sie mir. Aber Toki, weißt du? Brücken. Weißt du, was das wichtigste ist? Dass ich am meisten harm hatte. Ich kriege.